Hello again, meine Freunde. Vielen Dank für die Berkschilder. Killer neues Hit, Liner, Spieler, Pick. Keine Ahnung, wie ich das Video genannt habe. Ründchen, hier passiert auf jeden Fall was. Ja, meine Freunde, nächst mal wieder an der Zeit für ein neues, sag ich's kein neues Format. Ja, im Prinzip dachte sich mein Gegner und ich im Stream, oh, das wäre eine gute Idee. Oh, warte, ich habe gerade eine SMS von DHL bekommen. Ihre Zustellung von Skill, ihr Paket von Skill konnte nicht zugestellt werden. Oh, ja. Da habe ich mal wieder mit einem legendären Witz reingestartet, ja. Der Gamer-Bruder mit einem Witze-Repertoire, das ist einfach nur super. Der Patch liegt mir, ja, wenn ich hier verliere, der Patch ist schuld. Merkt euch diese Worte. Wenn ihr eine Klausur verkackt, ja, wenn die Frau eurer Träume euch abserviert, aus geht es immer. Der Patch ist schuld. Damit hello again. Mein Juri, wir haben bei Broski bereits ebenfalls schon eine Folge aufgenommen, die kam gestern. Erster Link in der Beschreibung, checkt das auf jeden Fall ab. Da lief's super. Super lief's. Lief, lief geil. Ah, der Patch ist da, hat Bock gemacht. Safe. Freunde, Grundprinzip ist folgendes. Jeder hat einen Headliner in seinem Team, den ihr wahrscheinlich gerade sehen werdet. Wir öffnen jetzt beide jeweils zusammen zehn Spieler-Pick-Packs und müssen uns daraus dann am Ende unser Team bauen. Ja, und dann wird gegeneinander gezockt. Die Differenz wird abgestoßen. Auf dieses Video kommen wieder easy über 10.000 Likes, weil ihr die Galzen seid einfach. Oder ich auch der Galze bin. Ja, wir sind alle die Galzen hier. Ja, klar. Ihr ballert den Kommentarbereich voll, was ihr in diesen Spieler-Picks gehabt habt. Ja, ich hab sehr, sehr viel gelesen. Ballert die Kommentare voll, ob ihr die Packs gemacht habt und was ihr drin gehabt habt. Würde mich auf jeden Fall auch interessieren. Ich würde sagen, wir verlieren nicht mehr viel Zeit und gehen herein, oder? Wie sieht's aus? Ja, sicher, der Boy. Wir gehen herein, laddies. Zehn Stück. Also wie gesagt, positive Bewertung, würde ich mich hier very geil freuen drüber. So, Action. Bist du drin im Menü da? Ja, sicher. Ja, sicher. Drei, zwei, eins und die erste Runde. Oh, ich hab Aguero. Lol. Ich hab Aguero. Einfach. Lol. Holy shit. Ja, moin. Ja, GG, Digger. Na, guck mal an hier. Alles klar. Den, äh, nehm ich mal mit. Oh Gott, Alter. Alter, der kann ja schon gut los. Ja, geil. Alles klar. Aber ich glaub, spielt der da? Spielt der bei dem im Team? Ich weiß das gar nicht. Ich nehm aber auf jeden Fall ihn mit. Alter, das war jetzt random. Ja, unerwartet. Bist du ready beim zweiten jetzt? Ja, sicher. Ja, weiter geht's. Abfahrt. Gib mir, gib mir auch mal ein Aguero hier. Ah, 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 ah. Nimm, nimm. Ah, ZM mit. Gut ist das hier alles nicht. Ich nehm mal, nimm mal dem Brasco mit. Ich nehm mich ihn mit. Ja, doch. So, Spieler Nummer drei. Drei, hm? Let's go. Ich hab einfach schon wieder. Ja, ja, ja. Jetzt, jetzt, jetzt. WTF, wie krass sind diese Packs bitte? Ich hab einfach schon wieder ein 88er Walkout im Pack. Ja, moin. Aber doch kein. Doch, das ist kein Scheiß. Die gönnen. Nur Chemie ist halt bei mir nicht da. Aber egal. Ja, ich hab Chemie, aber ja, keine Walkouts halt. Ja, nice. Aber jetzt im vierten. Im vierten. Okay, Abfahrt, let's go. Hier, hier ist einer drin. Ah, das ist natürlich jetzt ein bisschen, ein bisschen Kacke. Ja, da bin ich mir jetzt echt unsicher. Boah. Ja, machen wir mal so. Machen wir mal so. Äh. Boah. Ich geh mit, ich glaub ich geh mit ihm hier. Ach Gott ey, scheißen Dreck. Ich geh mit ihm. Nächstes? Ja. 3, 2, 1, Abfahrt. Äh. Ja, das bringt alles wenig. Ich könnte ihn hier nehmen. Na, das ist gar nicht mal so schlecht. Problem ist, ich brauch... Das wär halt ein grüner Link, aber ich hab schon zu viel auf der Position, ne? Ich hab schon zu viel auf der Position. Er ist vom Links her der Beste. Na, mach mal so. Aber ich muss, ach, ich kann, komm mal, komm ich auf, ich nehm ihn. Nächster? Ja. Nächster. Gas. Komm schon. Komm, Alter, gib mir auch mal was geiles hier. Ja, komm. Der passt gut rein, den nimm ich auch direkt. Den nimm ich direkt. Ich hab halt, Chemie ist bei mir halt einfach wirklich nicht da. Aber Chemie geht bei mir eigentlich klar. Ich hab Brasilianen, das ist unglaublich. Du musst ja auf die brasilianische Connection gehen, ey. Also ich bin bisher zufrieden. Allerdings muss ich jetzt langsam verteidig haben. Okay, ja, ich hab... Ja, vier Stück haben wir noch, Freunde. Let's go. Abfahrt. Die vier, für Lifestyle. Ah, ey. Oh Gott, ich brauch... Oh Gott, Stein, ich weiß, wie ich zur Auswahl bekomme. Muss leerer. Ui, der ist doch gut, oder? Aber den werd ich so safe nicht nehmen. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Also bei mir sieht's gerade nicht gut aus. Bei mir geht's eigentlich. Kein Verteidiger. So, bist du ready? Die letzten drei. Ja, die letzten drei. Let's go. Ich brauch heute noch einen Keeper. Ah, nice, da ist der... Uh. Ey, das gibt's doch nicht. Ja, ich muss ihn nehmen. Ich muss... Ja, ich muss auch hier rüber gehen. Ey, das ist doch kacke. Ich muss ihn nehmen. Scheiße. Ich brauch die Keeper-Absicherung jetzt. Okay, zwei Stück noch. Das muss ich nur legen. Verteidiger haben wir. Verteidiger haben wir. Ja, ich könnte. Die letzten beiden, Freunde. Ey, das gibt's nicht. Abfahrt, rein. Ach. Ey. Nice. Ich muss den nehmen. Ich hab's jetzt keinen Verteidiger. Ja, wobei. Wobei, wobei. Das wär halt ein guter Link. Der wär aber auch nicht. Ich nehm lieber erstmal ihn hier. Weil das bringt uns chemiemäßig, glaube ich, noch ein bisschen mehr. Das wird eine richtig komische Truppe hier. Ja, da bin ich dabei. Okay. Letzter? Letzte. Ja. Let's go. Drei, zwei, eins. Oh, ich hab schon. Ah, die Titten. Ach, du Scheibereiser, Alter. Absolute Titten. Tja. Ey. Ich muss den nehmen. Ach, Mann. Ich muss ihn hier nehmen. Dann mal rein ins Teambuilding. Das kann lustig werden. Ja, wir gehen ins Teambuilding und dann sehen wir uns gleich bei den Sinterzünden. Da aushauen wir hier wieder. Mann, Mann, Mann. So, Jungs. Beide Teams stehen jetzt. Hier seht ihr die ganzen Mali-Aparellos hier. Ich bin unterm Strich dann doch noch ganz zufrieden. Ich sag mal, bis auf diese Ecke hier. Das ist halt, ja. Da hätte ich im Prinzip hier den Romagnoli nehmen können. Dann wären wir hier ein bisschen besser gestellt gewesen. Aber na ja, was soll's, Freunde. Wir gehen rein ins Spiel. Is we ready, oder wat? Hier wird ein. Jetzt bin ich auf dein Team gespannt, da, dein scheiß Aguero. Beide mit Zapata. Ja, guck mal an. Naja. Ich hab leider nichts aus dem Romagnoli gekriegt. Läuft bei dir. Ne, ist das hier in Barcelona, oder wat? Barcelona mit Z. Jawohl, nochmal schön gegen den Kopf treten. Läuft bei dir. Dass ich hier ne Corner treten kann. Komm, Zapata. Ai, ai, alter. Ai, 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 ai. Nochmal. Zapata. Da ist er, der Büffel. Ah, fick vorhand, Ehre. Oh, da gehe ich hin. Hey. Au. Da geht aber keiner hin. Alter, wie hat der Däckner reingewixt. Oh. Das war aber echt gut, ey. Oh, die gehen alle weg. Oh, verschoben. Oh. Scheiße. Das ist Basics, Junge. Oh. Nein. Warum benutze ich immer noch dieses scheiß Time-Finish? Dieses Idioten-Kid. Mann. Ach ja. Ach ja. Ach ja. Mann. Pickford, kommst du raus? Oh, du bleibst im Tor. Mann. Ich muss dieses Time-Finish aus meinem Kopf bekommen. Es geht nicht mehr. Zumindest, wenn man so dumm ist wie ich und nie grün trifft. Ey, Jungs. Es gibt es doch nicht, dass sie dir den immer in den Lauf reinschnippeln. Oh, nein. Geh doch hin. Die Idee war gut. Die Idee war echt gut, aber die Umsetzung war mal wieder scheiße. War ungefähr so wie bei mir in der Schulzeit. Da waren die Ideen auch mal gut. Das war jetzt gut. Das war jetzt gut. Zerpäht, du, Alter. Du, Mann. Ach, Mann. Aber die können keinen Ball annehmen. Dann rennen die noch 100 Jahre in die andere Richtung. Was ist das denn? Was ist das denn? Was zum Fick war das denn? Ach, Junge, Alter. Das ist Wahnsinn. Das ist einfach absolut Wahnsinn. Hat er den gehalten? Nein. Nein. Alter, das ist so random, diese Schusses hier. Es ist einfach, du stehst vor dem Tor und es ist Glücksspiel, ob der den gut schießt oder nicht. Ach, Gott. Er kann gar nichts. Er kann gar nichts. Dieser Adama. Wie schlecht ist der denn? Ich weiß, wie du dich fühlst. Mann. Ey, die wollen aber auch nicht mal einen verschissenen Pass zum Mann bringen. Was ist das? Wer hat dich denn in den... Dass du so einen Pass spielst? Was ist denn mit dem? Ich will natürlich nicht zu dem Spieler laufen spielen, der gerade durchläuft und auf dem Weg zum Tor ist. Nein. Ich will zudem dahinter spielen. Natürlich, EA. Ihr habt das begriffen. Ey, wer hat dieses Spiel programmiert? Was ist das für eine Wichse? Das ist ja komplett lächerlich. Da programmiere ich dir auf dem Game Boy Color. Ein besseres Spiel. Und ich weiß nicht mal, wie es geht. Kein Verständnis für so eine Scheiße. Scheiße, Alter. Was sind das für Pässe? Was sind das für Pässe? Haben die sich beide Beine gebrochen, als sie auf dieses Drecksfeld gelaufen sind? Es macht keinen Sinn mehr. Sehr gut. Ja. Spielerische Intelligenz hier. Super Pass. Sehr, sehr geil. Genau das möchte ich von meinem Mann sehen. Ja, das ist doch mal schön gespielt. Mann, geil. Super, ey. Boah. Warum ist mein Dendonka Spieler des Spiels? Was hat der gemacht? Jungs, Broski reagiert hier am schnellsten. Der hat einen scheinen Zweikampf gewonnen. Und der Spieler hat es spielt. So, Freunde, Broski hat umgeschnitten. Äh, nochmal ganz kurz zum Patch. Ja, für die, die die beiden Folgen gesehen haben. Ihr seht, es hat sich was verändert. Der bessere Spieler setzt sich nun mal jetzt durch, dank diesem Patch. Ja, das bin ich. Eigentlich hätte ich alle Aufnahmen in der letzten Zeit gewinnen müssen. Freunde, ihr seht, irgendwas hat sich geändert an dem Spiel. Ich komme damit relativ gut klar. Ja, andere Leute nicht. Das ist nicht so mal so. Wenn sich jetzt wieder was ändert, dann ist das so. Ja, schaltet auf jeden Fall ein, Jungs. Freitag, ich stream wieder. Road to Top 100. Ich bin auf jeden Fall... Ja, komm, sag jetzt. Zwei Stück, zwei Stück darf ich, ne? Wann hast du für eine Formation? 4-4-2. Beide Störber. Nice. Ake und Malcolm. Oh. Immerhin. Immerhin habe ich meine, meine Spieler hier behalten dürfen. So den Zapata habe ich aber sofort verkauft, weil der hat sich ja gespielt. Ja, fand ich auch nicht richtig gut. Alter, das war ja gar nicht mehr normal. Ich bedanke mich für Ihre Aufwärtssage. Checkt auf jeden Fall das Hinspiel ab, wenn man es so nennen kann. Erster Link in der Beschreibung, Ladies. Please unbedingt abchecken. Ich überlasse Broski das Schlusswort. Wünsche euch eine Menge, Menge Peck-Clack-Stellung halten. Schöne Reste-Woche. Und morgen geht es weiter mit den Weekend-League-Belohnungen. Ja, Broski, Schlusswort. Schaltet auf jeden Fall. Ich mache jetzt ein bisschen Eigenweiterung. Freitag bin ich im Stream ein, Jungs. Ich werde die Top 100 dieses Wochenende anpeilen. Ja. In dem Sinne. Tschüss.